Da sind wir und das Derby ist zu Ende. Blütenderby war mal wieder ein riesen Chaos. Also Blütenderby an sich ist ja das einfachste Derby schlechthin. Wirklich, es ist das einfachste Derby, aber es gibt einfach immer Chaos. Und falls ihr euch jetzt fragt, was schiefgelaufen ist oder was man besser machen könnte, ich verlinke euch mal jetzt hier oben oder in der Beschreibung ein Video, wo ich euch erkläre oder wo ich allgemein das Blütenderby erkläre und euch Tipps gebe, wie man es am besten spielt, damit es wirklich das einfachste Derby schlechthin ist. Und noch eine Anmerkung, hier ist ein bisschen Hall jetzt hier im Raum. Nicht wundern, dass es hier ein bisschen Hallt. Ich spiele hier bei Derby wirklich meistens mit den Aufnahmen so ein bisschen rum und teste ein bisschen was aus. Deswegen nicht wundern. Dritte Gemeinschaft, siebter Platz. Ja, da habe ich auch schon mitbekommen, dass da einiges im Argen war. Ja, Sonja 3,240, Sonja 2,3,265, Mepham 3,335, Anni 3,390, Tim 3,470, Annika 5 Punkte mehr, Michael 3,550, Jan 50 Punkte mehr, genau so wie Mufam und ich und Sanyo 3,925. Ja, siebter Platz war ein bisschen, wie gesagt, chaosmäßig das Derby. Hätte viel besser laufen können, ist es leider nicht. Deswegen müssen wir Schweiß abwischen, Tränen abwischen, aufstehen und weitermachen. Das ist immer das Motto. Vom Stehenbleiben hat noch nie einer was gewonnen, aber ja, so was passiert auch einfach. Also ich bin da jetzt auch nie böse oder so oder enttäuscht. Klar, es ist ärgerlich. Also ich finde, ärgerlich ist eigentlich das Beste, was man dazu sagen kann, weil es halt wirklich das einfachste Derby ist und es halt, es war, also wirklich, ich mache jetzt YouTube schon so lange, ich spiele Haydash schon so lange, es gab noch nie ein Blütenderby, was fehlerfrei war, wirklich nicht, in keiner Gemeinschaft von mir. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr fehlerfreies Blütenderby schon mal gespielt habt, aber bei uns mindestens einer grätscht dazwischen, weil da irgendwie etwas nicht, ist ja auch nicht schlimm, ne? Aber wenn man einfach vorher fragen würde, damit es nicht passiert, dann wäre es halt viel besser auch den anderen gegenüber. Genau, aber das ist halt das Mal leider wieder teilweise passiert und trotzdem war es schiefgelaufen, aber ja, was will man machen? Sonja, zwei Spendenkönigin. Glückwunsch dazu, wir gehen zur zweiten. Da sind wir bei der zweiten. Oh, ja, genau, muss gerade nochmal sicher gehen. Und ich weiß halt auch nicht genau, woran das liegt. Also ich könnte mich jetzt hier, glaube ich, ich könnte, glaube ich, eine halbe Stunde Video drüber machen und philosophieren oder sonst irgendwas, aber ich weiß einfach nicht, wieso. Deswegen kann ich euch nur das Video in der Beschreibung empfehlen, was ich eben oben verlinkt habe. Guckt es euch an und beim nächsten Blütenderby besser spielen. Genau. Zweite Gemeinschaft, dritter Platz. Sehr gut. Ich glaube, heute auch die einzige EM mit dem Pokal. Ich weiß nicht, wie es genau in der ersten gelaufen ist. Ich war auch nicht dabei, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Mabi, 3-4. Happy Farmer, 20 Punkte mehr. Lea, 25 Punkte mehr. Genauso wie Lena, Jackinchen, 25 Punkte mehr. Harzer, Falken, 3-6. Hackies, 3-6,95. Michelle, 3-9,75. Und das war es schon. Bei Blütenderby machen immer wenig Leute mit, aber was auch nicht unbedingt schlimm ist. Aber so an sich gutes Derby, dritter Platz. Ja, obwohl hier auch was schiefgelaufen ist. Deswegen Profi, richtig gut. Auf zur Spendenliste. Da sind wir bei der Spendenliste. Und immer wenn ich hier diesen Schnitt mache, fällt mir immer noch so Sachen ein, die ich noch dazu sagen kann. Also eigentlich rede ich mich da nur am Kopf und Kragen. Aber das Ding ist, immer wenn ich dann weiß, oh, es ist Blütenderby, meistens habe ich echt schon Angst, in Haydn manchmal reinzugehen und gucke dann auf die Aufgaben. Weil ich immer Angst habe, irgendeiner nimmt eine falsche Aufgabe oder macht es schwerer, als es eigentlich sein müsste. Das ist immer so eine Sache. Ich weiß es nicht. Erklärt es mir. Erklärt es mir. Jack Kindchen, Glückwunsch zur Spendenkönigin. Auf zur Ersten. Da sind wir bei der Ersten. Ach, yo, ich bin da... Fällt mir jetzt gratis mal an. Ich bin ja gar nicht im Derby. Äh, Moment. Ne, tatsächlich habe ich jetzt keine Einzelergebnisliste von der Ersten. Die kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht. Deswegen, wenn einer aus der Ersten dabei war, bitte mal in die Kommentare schreiben. Falls ihr es nachgucken könnt, könnt ihr dann sehen, wie die Einzelergebnisliste ist. Ich gucke es mir trotzdem nochmal an. Aber jetzt habe ich sie leider hier nicht parat. Passiert mir echt selten, dass ich das vergesse. Aber leider ist es heute passiert. Zweiter Platz, so wie es aussieht. Also Silberner Pokal. Richtig gut. Ich weiß aber, dass es hier trotzdem Probleme gab. Ähm, und für alle, die die Blütenderby gar nicht kennen. Nicht wundern, dass hier manche nicht maximale Punkte haben, weil die Blütenaufgaben steigen ja mit der Häufigkeit des Abschließens. Deswegen ist das nicht schlimm, wenn hier einer nicht maximale Punkte hat, weil das geht halt gar nicht. Also es geht schon, aber irgendwer muss weniger Punkte haben, weil die Aufgaben müssen ja durch Abschließen steigen. Ansonsten würde es ja gar keinen Sinn machen. Dann könnte man auch Max haben ohne Blütenaufgaben. Das würde ja auch keinen Sinn machen, weil dann würde man weniger Punkte haben, weil Blütenaufgaben gehen ja bis 400 Punkte. Das wäre dann auch noch ein bisschen problematisch. Deswegen. Ja, Spendenkönigin ist Dingsbums, ne? Dingsbums ist gut. Springfield, oder? Hab ich was übersehen? Ich hab mir schon wieder in Rage geredet. Das ist heute nicht gut für meinen Puls. Ich muss an meinen Puls achten. Nein. Ich bin jetzt nicht sauer. Aber Blütenderby Ich weiß nicht. Das Es ist immer wirklich. Es ist immer irgendwas. Es ist immer irgendwas. Springfield. Glückwunsch für Spendenkönigin der Woche von der ersten. Kommen wir zum Glücksradio. Wir drehen. Wir drehen dreimal. Ihr kennt's. Wir versuchen den Jackpot zu kriegen. Ich hoffe, wir können was reißen. Let's go. Wir möchten mal wieder den Jackpot. Wir haben den schon so ewig nicht mehr gesehen. Ich kriege zweimal die Blumen. Was will ich denn mit Blumen? Hallo, ich möchte Geld. Wo ist das Problem? Ich möchte Geld und keine Blumen. Okay, Olivenöl ist gut. Dafür drehen wir nochmal. Viermal Olivenöl. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so scheiße. Oh, okay. Drehen wir nochmal. Wir haben jetzt zweimal Blumen und achtmal Olivenöl. Jetzt muss aber ein Stern kommen dafür, oder? Jetzt muss doch mal ein Stern kommen. Einzelne Säge. Nee, das reicht mir. Okay, Leute. Danke fürs Zusehen. Sorry fürs Meckern, aber Blütenderby ist halt immer... Das hat sich jahrelang immer aufgestaut. Und wenn es dann wieder passiert, dann ist das immer ärgerlich. Dafür können die Leute, die das mal verkackt haben, nicht so viel. Das ist nicht so ein bisschen mehr an mir, weil ich halt schon so viel mit Blütenderby erlebt habe. Das weiß ich auch. Aber trotzdem, wenn ich dann ein Video mache und darüber rede, muss es halt irgendwie mal raus. Deswegen guckt euch das Video an, was ich hier verlinkt habe und unten in der Beschreibung. Dann wisst ihr, wie man spielt. Ich finde es auch immer gut, dass meine Co-Leiter das immer auch verschicken vor dem Blütenderby, damit jeder weiß, wie es geht. Trotzdem passiert sowas. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. aber guckt es euch einfach fürs nächste Mal an oder guckt es euch am besten jetzt nochmal an und vor dem nächsten Mal. Dann wisst ihr nämlich genau, wie man spielt. Es ist das einfachste Derby von allen. Es kann das einfachste sein. Man kann es sich aber auch richtig schwer machen. Genau. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Danke fürs Zusehen. Haut rein und ciao.